Willkommen zurück Leute, jetzt fahren wir die reguläre Strecke, ach verdammt genau das, da ist das neue Auto, aber wir nehmen unser super Auto und los geht's, jetzt fahren wir jetzt mal die reguläre Strecke, das ist natürlich wieder Pipi einfach mit dem Auto, aber das muss ja leider sein, ja ja und die heiße Dame und los geht's, Leute, voll Stoff, seht ihr Leute, das genau, das meinte ich damit, dass ihr an dem Tunnel bremsen müsst, sonst passiert nämlich das Sprung, und der ist richtig übel, wenn ihr damit richtig Vollgas lang heizt, was theoretisch, upsala, voll durchgefahren, habt ihr das gesehen, Leute, Ai, 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 oh, ich glaub, zache, mir geht's gut, zack, habt ihr den Jump gesehen, ai, 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 so schnell, ja und meine Lieblisschikane, uaa, zack, habt ihr das gesehen, tja, im Zeitpunkt konnte ich echt gut üben, ups, aaaa verdammt, äaah, ey, wat war das denn, äh, hhh, what? Na ja egal, komm weiter gehts die rosa Karre. Ist so nicht so wichtig. Voll stopp Leute, gibt das schon absoluter Profi und... Doing, macht nix, weiter gehts. Oh, das sah richtig kacke aus, aber auch nicht so schlimm. Und Prenzelnats! Habt ihr das gesehen Leute, das sah perfekt. Musa ab! Und... Gehen wir aus weg! Uh, das war knapp, voll über den Kopf drüber. die naja man nicht so schlimm ebenso perfekt und gerade entgegen geknallt das ist nicht so schön nicht so schön aber es ist im sofort aus wir sind hier wie soll man da durchblicken bei der geschwindigkeit die wüsse ich auf meinen kontroller herumdrücke sagt nicht so ja dafür war der umso perfekter ich hasse diese kleine ecke also die sind toll wenn man da jump in der verdammte wende das erste mal als ich das gespielt habe bin ich voll gegen die wand gesprungen aber zwar richtig hoch gesprungen auch voll gegen die wand das war einmal so richtig scheiße und ach oh scheiße hm wie soll ich versprecher bringen was soll ich versprecher bringen was soll ich versprecher bringen das ist immer kacke aus und letzte kopf ach scheiße ach egal geschafft und bis gleich ich mach wieder einen kleinen schnittiger und adios hallo leute und jetzt schalten wir das letzte bonusauto frei das wird ein desaster das sag ich euch also ich werde mich voll ablosen aber naja hauptsache ihr seid live dabei wie ich abstinken werde naja das letzte auto also das weiße bonusauto was wir jetzt sehen wird das ist das absolute überauto der hat alles voll der ist richtig schnell und richtig scheiße gut und oh nein da hat der ihn gesehen ich bin extra gegen die mauer gefahren damit ihr den sehen könnt damit ich langsam fahre und dann könnt ihr ihn besser sehen aber was rede ich hier schon wieder oh man nein ich bin kein konsument von drogen oh scheiße so leute das war das beste beispiel wenn man nicht bremst oder zu spät bremst dass man da voll gegen springt verdammt die stelle ist so ausreichend aus dem klärchen versprungen er ist nämlich auch geradeaus voll gegen die mauer gesprungen und diese kurve ist asozial verdammt das habt ihr nicht gesehen das muss ich rausschneiden das muss ich rausschneiden scheißegal die aus dem rausgeschnurren werden. Auch das. Oh nein. Okay, was ist los? Was ist los mit mir? Ich fahre so richtig scheiße. Leute, das ist richtig asozial. Ich meine, es sieht richtig mies aus. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das war richtig einfach. Jetzt könnt ihr mich alle mal kreuzweißen. Außer ihr Zuschauer. Aber die beiden Autos da können mich kreuzweißen. Ich gehe in Rente. Ich gehe in Rente. Leute, schickt mir ganz viel Geld. Ich gehe in Rente. Ich habe keinen Lust mehr. Also wenn ich den auf Anhieb dreistalte, fresse ich einen Besen. Wirklich, Leute. Guck mal, wie scheiße ich fahre. Die Strecke ist so asozial. Und ich hasse diese Kurve. Geschafft, 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 geschafft. Auch ich fassen musste. Nichts. Ich sag gleich gar nichts. Ich werde nicht in den Keller weinen. Ihr vom Wegen, ne? Die beiden Penner. Ihr kommt nicht vorbei. Ich werde nicht reinfallen. Der meiste Kahn kommt nicht. Uuuuh. Versteiße. Uuuuh. Uuuuh. Knapp, ey. Leute, das war verdammt knapp, ey. Uuuuh. Uuuuh. Ich werde mit so Runde. Scheiße. Heute. Ich werde voll abstinken. Komme. Uuuuh. 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 Ich weiß nicht, was das für ein Drift das war. Du kommst nicht vorbei. Vergiss es. Bremsen. Uuuuh. Ha ha. Oh, wir sind voll reingefahren. Ha ha. Kommt davon, wenn man zu Licht aufhährt, Leute. Ne? Habt ihr das gesehen? Also, wenn die... Also wenn einer von euch einen Führerschein hat, immer schön einen Sicherheitsaufstand beachten, ja. Ne? Immer schön beachten. So es passiert nämlich sowas. Dann knallt man vor seinen voller Mann rein, ne? Uuuuh. Uuuuh. Ich hab noch keinen Führerschein, aber ich bin grad dabei. Uuuuh. Schau. Boah, es ist so ein Zucker. Uuuuh. 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 Das ist definitiv das... ...verdammt abgefachteste Rennen überhaupt. Uuuuh. Uuuuh. Okay. Ich muss nur noch heilen die letzte Mitte heilen die Zücker. Kommt der? Der kommt nicht. Ich hab's geschafft. Das kann ich nicht machen. Uuuuh. Also heute. Zerra Cut. Und vergeht diese Merdefahrt. Bis gleich. Ciao, ciao.